Warum Webinare nicht mehr ausreichen, so verzehnfachst du deinen Umsatz mit mehrtägigen Workshops. Von oberflächlichen Webinaren, die kaum Verkäufe bringen, zu intensiven 2-, 5- oder 14-tägigen Workshops, die Vertrauen schaffen und deinen Umsatz verzehnfachen. Willkommen beim Growth Marketer Kanal. Mein Name ist Erkan Aldogan und wir zeigen dir entsprechend, wie du mit Marketing dein Unternehmen zum Wachsen bringen kannst, besonders für Experten und Coaches. Heute zeige ich dir, warum du deine kurzen Webinare gegen intensiven Live-Workshops austauschen solltest, um echte Ergebnisse zu erzielen und deinen Umsatz massiv zu steigern. Webinare reichen in der heutigen Zeit oft nicht mehr aus, um tiefes Vertrauen aufzubauen, da gegen Workshops, die mehrere Tage gehen, wirklich zu 100% funktionieren. 2018 und 2019 haben wir über klassische Webinare, die teilweise evergreen laufen, also aufgenommen, verkauft. Und das hat früher super funktioniert. Aber heute hat sich das ganz klar geändert. Früher war das so, dass viele Leute direkt gekauft haben. Mittlerweile ist es so, dass viele Misstrauen haben. Sie haben schon sehr viel Geld verbrannt. Sie wissen mittlerweile, dass die Webinare aufgezeichnet sind, dass da nicht so viel Mehrwert drin ist und dass sie da entsprechend nichts mehr Großes lernen können und weniger Käufer dadurch generiert werden. Und es ist noch so, dass die Werbung immer teurer wird. Dadurch kann man nicht mehr niedrigpreisig so gut verkaufen für 400 Euro oder 1.000 Euro. Es ist noch möglich, aber mit anderen Strategien. Und hochpreisig zu verkaufen geht leider nicht mehr so gut wie früher für 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 Euro über ein klassisches Webinar, was regelmäßig nur 2 Stunden geht. Aus dem amerikanischen Markt haben wir erkannt, dass es nicht nur kurzfristige Webinare gibt, die 90 oder 120 Minuten gehen, sondern einfach mehrere Tage. Und dann haben wir überlegt, okay, können wir das nicht auch auf dem deutschen Markt machen? Und dann haben wir das mit einem Kunden gemacht, wo das extrem explodiert ist. Und das haben wir vorher im deutschsprachigen Markt nicht so krass gesehen. Wir haben damit mehrere Millionen mit einem Workshop erzielt und dachten uns so, what the fuck, haben wir es wiederholt. Noch besser, nochmal, nochmal, nochmal. Und wir haben unsere Umsätze entsprechend immer gesteigert, obwohl wir wirklich das gleiche System hatten und konnten es einfach nur verbessern. Natürlich sind Webinare, die 2 Stunden gehen, weniger anstrengend, die man nicht aufnimmt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es weniger anstrengend ist. Aber mittlerweile funktionieren die leider nicht mehr so gut wie Live-Webinare, die mehrere Tage gehen. Aber dadurch kannst du dein Unternehmen so zum Wachsen bringen. Mehrtägige Workshops bringen den Leuten echtes Vertrauen. Du kannst denen schon in den Workshops beweisen, dass du es wirklich drauf hast, indem du schon mal Coachings gibst, indem du mal mit denen in Interaktionen gehst. Du hast einfach viel mehr Wahl. Wichtig ist halt, bei so mehrtägigen Workshops geben die Leute einen Tick zu viel Content. Das heißt, die haben so viel Content bekommen, dass es wieder zu viel ist und die Leute am Ende nicht kaufen. Es ist aber auch manchmal so, dass man zu wenig gibt und die Leute dann zu schnell rausgeht. Das heißt, die richtige Mischung ist relevant. Da haben wir bei uns ein Webinar-Blueprint oder Workshop-Blueprint, wie man guten Content so liefert, dass es nicht zu viel Content ist, aber auch nicht zu wenig Content ist. Da braucht man entsprechend die richtige Mischung. Die meisten Coaches und Experten denken, ja, ich hätte gerne am besten 69 oder 90 Minuten Webinar und es hätte gerne aufgezeichnet und es läuft durch und dann habe ich passives Einkommen und ich muss mich nur um die Kunden kümmern. Aber leider funktioniert das nicht so gut und ich wünschte, es wäre so, aber wir haben es schon so oft ausprobiert, weil das ist ja auch mein Ziel als Marketer, so einfach wie möglich auf den Knopf zu drücken und nicht abhängig von der Person zu sein. Aber leider ist es so, dass Live-Webinare, die mehrere Tage gehen, am besten funktionieren und du dadurch echte Beziehungen aufbaust und Vertrauen aufbaust, weil auf dem aktuellen Markt ist es so, dass viele einfach zu wenig Vertrauen haben, dass sie nicht mehr daran glauben, dass es wirklich funktioniert und du hast die Möglichkeit, in deinen mehrtägigen Workshops die wirklich glauben zu lassen, fühlen zu lassen und dabei in den ersten Schritten zu helfen, dass sie ihre erste kleine Transformation erzielen können und damit hast du in 60 oder 90 Minuten gar keine Möglichkeit, in so einem kurzen Webinar das zu erschaffen. Um eine echte Bindung zu haben, musst du deine Leads, die reinkommen, die sich angemeldet haben, die live dabei sind, wirklich zu einer Interaktion bringen, dass du die Leute aktiv teilnehmen lässt, mit dir in Verbindung zu gehen, ob du die Leute coachst und so weiter, muss man wichtig paar Voraussetzungen erfüllen, damit die Coachings, die vor Ort laufen, wirklich funktionieren. Wir machen im Hintergrund Umfragen, wir stellen sicher, dass wirklich die richtigen Leute kommen und gehen mit denen vorher in Interaktion, dass es nicht zu schlecht werden kann. Also wichtig, da in Interaktion zu gehen, aber mit den richtigen Leuten. Und das sind Techniken, die man gar nicht im Vordergrund sehen kann. Das heißt, man kann sie gar nicht kopieren, weil man die Techniken nur als Marketer sehen kann und wirklich was hinten funktioniert. Und wir wissen ganz genau, was du vorne sehen kannst, ist, dass die Webinar-Teilnehmer hoch sind, dass viel Interaktion da ist. Was wir aber im Hintergrund sehen können, ist, wie können wir das Ergebnis maximal hochhalten. Und das geht mit bestimmten Tools, wie zum Beispiel Umfragen, die richtigen Teilnehmer einzuladen und die richtigen Teilnehmer entsprechend auch in den Workshops zu coachen. Viele machen auch den Fehler in den Workshops, die jetzt dann zum Beispiel zwei Tage gehen oder fünf Tage gehen oder länger, schon zu früh zu pitchen am ersten, zweiten Tag. Also du solltest pitchen relativ bei so 14-tägigen Workshops erst in der Mitte, erst am siebten Tag zum Beispiel. Bei zwei Tages-Workshops solltest du erst an dem zweiten Tag pitchen, also an dem Sonntag. Und bei sieben Tagen-Workshops solltest du erst am letzten Tag pitchen. Und viele machen den Fehler viel zu früh, weil sie die Angst haben, dass die Leute zu früh rausgehen, den Pitch gar nicht mitbekommen. Was aber hier viel, viel wichtiger ist, dass die Leute, die wirklich zum Ende bleiben, eine sehr hohe Kaufquote haben. Und die Prozentzahlen, die am Ende bleiben, haben trotzdem viel mehr Umsatz gemacht, als so ein 60-, 90- oder 120-Minuten-Webinar, was sehr, sehr kurz ist. Und die anderen hast du ja nicht verloren, sondern du kannst die nochmal entsprechend monetarisieren. Ist aber ein komplett anderes Thema, wie man die dann auch nochmal monetarisieren kann. Aber die letzten, die zum letzten Tag bleiben, oder bei so mehr Tagen, die dann wirklich 14 Tage gehen am siebten Tag, denen kannst du wirklich ein Angebot machen. Und das sind die richtigen Leute, die auch wirklich tendenziell sehr hoch kaufen, weil die schon so vorqualifiziert sind. Die sind schon so einen langen Weg mit dir gegangen, kostenlos, und werden dann auch kostenpflichtig bei dir entsprechend buchen. Wie ist so ein Workshop aufgebaut? Ein Workshop ist einfach aufgebaut, indem du eine Landingpage erstellst, darauf Werbeanzeigen schaltest, dann meldet er sich an, dann kommt er auf deine, nennt sich Danke-Seite. Und diese Danke-Seite, da verkaufen wir schon ein VIP-Paket. Das heißt, wir verkaufen schon etwas für 19,95 Euro, 29,95 Euro. Es gibt noch Ausnahmen, die ein bisschen höher sind. Das ist ein VIP-Ticket, wo die Leute etwas Exklusives bekommen, was die anderen nicht bekommen. Und damit holt man sich schon das erste Commitment ein für einen Zahler, der schon etwas bekommt. Und hier ist die Zahl sehr, sehr wichtig. Die Leute, die etwas kaufen, das sind ca. 10-15%, machen am Ende 50% des Umsatzes aus. Merkt ihr das? 10-15% kaufen diesen Upsell, aber die machen am Ende 50% des Umsatzes aus, die am Ende kaufen. Das heißt, wir wollen so viel wie möglich die Leute drin haben, die eine Transaktion tätigen. Damit ist es erstmal wichtig, dass wir schon mal das Werbebudget monetarisieren beziehungsweise wieder reinverwenden können, als auch wir die qualifizierten Leute haben, die wir am Ende nachtelefonieren können und die am Ende, wo wir wissen, die haben die beste Qualität, am Ende zu kaufen. Wenn ihr interessiert, das VIP gekauft hat oder nicht, kommen sie auf die nächste Seite. Das ist die richtige Danke-Seite. Und dort kannst du wieder sagen, hey, sei unbedingt dabei, trag dir jetzt einen Termin ein. Hier hast du vielleicht nochmal eine Community, wo du reinschreiben kannst, dich mit anderen connecten kannst, wie z.B. Telegram, Facebook, WhatsApp. Je nachdem, was du selber hast und entsprechend diese Community auch füllen kannst mit Leuten. Vielleicht hast du auch so eine School-Community, ist es aber egal. Hauptsache, du füllst ein Tool, wo die Leute entsprechend sich schon mal austauschen können oder wo du denen zusätzliche Reminder schicken kannst, dass sie entsprechend auf jeden Fall bei dem Event da sind. Viele Coaches und Experten machen den Fehler, es alles evergreen und passiv und so schnell wie möglich haben zu wollen, aber der Fehler ist, dass sie entsprechend lieber live gehen sollen, eine Kundenbindung aufzubauen und dort in Interaktion zu treten. Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengender, aber es hilft dir, dein Unternehmen zu wachsen, zu bringen und später kannst du schauen, wenn dein Live-Workshop gut funktioniert, nebenbei evergreen was aufzubauen, das ist das, was wirklich funktioniert. Dann kannst du, dann hast du auch viel mehr Zeit dafür, geltliche Ressourcen dafür zu verwenden, evergreen Sales aufzubauen, evergreen Webinare aufzubauen, aber dafür brauchst du gute Live-Webinare und mehrtägige Workshops, dass dieses System, dein Unternehmen wirklich funktioniert und mache nicht diesen Fehler, zu früh zu investieren in evergreen Webinare, evergreen Sales, sondern so viel Geld auf dem Konto zu haben, dass du sagst, jetzt kann ich mir das finanzieren, ist gar nicht schlimm, wenn mein Mitarbeiter zu viel eingestellt worden ist oder ein evergreen Webinar mal entsprechend nicht funktioniert hat, ist es gar nicht schlimm, weil du schon so viel Geld auf dem Konto angespart hast durch Live-Webinare, mehrtägige Workshops, dass es völlig egal ist. Die meisten haben natürlich die Herausforderung, nicht die Zeit zu haben oder die Zeit zu investieren. Da empfehlen wir, sich die Zeit wirklich zu nehmen, weil es dein Umsatzbooster ist. Du investierst so viel Zeit in andere Scheißdinge, dann investiere die Zeit, mal in ein Zwei-Tages-Workshop zu gehen oder mal in ein Sieben-Tages-Workshop zu gehen und investiere deine Zeit richtig und geh in Interaktion, weil das ist das, was die Leute richtig lieben. Mehrtägige Events, die for free sind mit einem VIP-Ticket und dann kannst du nicht mehr am Erfolg scheitern. Wir haben ein Workshop auf 4,3 Millionen Euro skaliert und das war ein Workshop und damit den deutschen Markt komplett revolutioniert und mittlerweile machen das so viele nach, aber wir wissen genau, was wirklich funktioniert und was nicht so gut funktioniert, weil wir das wirklich, wenn du einen mehrtägigen Workshop siehst, online in den Werbeanzeigen, dann kommt das in der Regel von unseren Kunden, weil wir das komplett zeigen. Das heißt, wenn du lernen willst, wie man mehrtägige Workshops macht, dann buch dir mal einen Termin, schau mal unten in unseren Referenzen, schau mal unter den Videos, da siehst du alle unsere Referenzen, wie sie sechsstellige, teilweise auch mal mittel-sechsstellige oder mal siebenstellige Umsätze machen mit Workshops. Deswegen schau mal unbedingt auf den Link oder auf growth-marketer.de slash Referenzen. Dort kannst du es auch sehen. Alle unsere Referenzen und wenn dich das interessiert, buch dir eine Marketingberatung und wir schauen, was die nächsten Schritte in deinem Business sind, in deinem Marketing sind. Wir gehen in deine Zahlen rein und schauen, ob das Sinn macht, mehrtägige Workshops jetzt bei dir zu implementieren oder ein anderer Schritt. Deswegen klick jetzt hier unten auf den Link, auf Referenzen und dann kannst du dir die Testimonials anschauen und wenn du Bock hast, dann buch dir eine Marketingberatung. Wir sehen uns.